schild so weit ja, wir sind hier ja sobald ich sprinte ich muss mein eigenes leben schätzungsweise und begib dich zum wachtturm bitte wachtturm wir sind hier hier ist echt mehr los muss ich sagen und ich finde das mega interessant oh oh Hm. Ich möchte mich gleich darum, wenn ich nicht fertig bin. Wo kann ich hier finden? Äh, noch... Äh, weiss ich denn überhaupt nicht. Okay, also entweder... Alles aber ist mir egal. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, bueno. Ich will zeigen, dass es eine gute Seite ist. Und wir werden schiffen. Oh, komm. Das war unklug. Oh, komm. 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 hier überhören aber ich kann es jetzt nicht hochheben sonst bin ich hier ganz scharf ich weiß nicht habe ich jetzt scharf hier auch meine 2000 sonst leben ich finde ich auch schlussend sehr gut wir sind so und schütt ich noch nicht mit fertig die vorwürfen zu schützen okay machen auch auch Okay, okay, okay. ich stehe direkt in dem ich bin sogar mit dem ich kann dieses Das war's für heute. Jetzt füllen wir gleich eine Wegefackel. Ich finde zwar keine Wegefackel hier, aber... Das war's für heute. 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 Ja. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Die ist mir alles gut. Das war's für heute. Who's there? Go away! No, no, I mean, help! I'm dying because of this purple gem I have. A long time ago, Chris entrusted me with this gem from Whisp Island. I got greedy and absconded with it. And it's been trading the life out of me ever since. What's going on? What's going on? What's going on? The second round, I have to note, I have to note, I have to note, what's going on. I just wanted to see the sex here. It's definitely a bit of a dream, I have to say. No question. It's a bit exciting that at some point it's really very strong. Ich will es zurück und von meinen Schmerzen beitragen werden. Aber ich wüsste, dass Chris mich entschuldigen würde. Ich kann das nicht mehr machen. Ich will frei sein. Nur 30 Spritze habe ich hier. Okay. Ich vergesse, ich kann hier rausgehen, wie gesagt. Sehr viel ist der Ex hier drin. Ich sehe einen Hunter attacken von Wolfen in den Plänen. Ich werde ihnen helfen, egal was. Der nachtelige Gem? Neil will es zurückgeben? Ich weiß. Wenn ich dann wusste, dass der Gem ein Fragment der Starr von Syllabeth, hätte ich ihn nicht mehr entrusten. Wenn ein ordentlicher Mann ein Fragment der Starrfragment beinhaltet, wird er von seinen Kraft entzündet und irgendwann sterben. Ich hoffe. Er kann nicht den Starrfragment von seinem eigenen. Hey, der hat mir das doch schon eklig gemeint. Okay. You also came for this fragment, didn't you? Impossible! Die! Die Star of Siliphen. Every last piece shall be mine.